Wenn Erwachsene in einem Makerspace arbeiten, Ideen austauschen oder sich gegenseitig Tipps geben, dann ist das Ganze geprägt von einer sehr positiven Haltung gegenüber lebenslangen Lernen und dem Lernen von und miteinander. Hier ist klar, dass nicht alles klappt und dass man sich gegebenenfalls auch Unterstützung holen muss, weil niemand Expertin oder Experte für alles sein kann. Auch das interdisziplinäre Lernen am konkreten Objekt oder Projekt ist normal, genauso selbstverständlich wie Absprachen bei der Nutzung beliebter Werkzeuge. Bei der Maker Education müssen diese Voraussetzungen oft erst noch geschaffen werden. Nun ist der Makerspace also eine Werkstatt, die Kindern und Jugendlichen Raum, Werkzeuge und Materialien gibt, um eigene Vorhaben umzusetzen und das ist schon eine sehr gute Grundlage. Nur ist ein Raum und auch beste Absichten noch kein ausreichendes Konzept, damit Kinder und Jugendliche auch die Grundhaltung und das Verhalten von Makerinnen und Makern zeigen. Hier muss noch vieles gelernt und auch unterstützt werden. Benötigt wird also ein entsprechendes, methodisch-didaktisches Setting. Maker Education gibt es in sehr unterschiedlichen Formaten. Als regelmäßiges Angebot in einem Makerspace, in einer Kinder- oder Jugendeinrichtung, als zeitlich befristeter Pop-up Makerspace, wie beispielsweise die Maker Days for Kids an der TU Graz. Maker Education wird aber auch in Schulen im Kontext von Klassenunterricht, wie z.B. eben im handwerklichen Unterricht, umgesetzt. Und nicht immer sind also alle Prinzipien und auch Versetzen umsetzbar. Was ist die Lern-Settings? Bei der Gestaltung von allen Lern-Settings sind natürlich die Lernziele und die Zielgruppen wichtige Faktoren. Bei der Gestaltung von didaktischen Designs für die Maker Education spielt dabei insbesondere eine Rolle, wie vertraut die Zielgruppe mit offenen, gestalteten Lern-Settings, mit der Arbeit in Werkstätten und den jeweiligen Werkzeugen und Technologien ist. Was ist die Maker Education? Natürlich ist die Maker Education auch von den Rahmenbedingungen abhängig. Welche und wie viele Materialien und Werkzeuge stehen denn zur Verfügung? Didaktisch-methodische Varianten und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es sehr viele, wie auch die vielen Praxisberichte und Beispiele zeigen. Ich möchte im Folgenden auf drei Aspekte besonders hinweisen, nämlich wie das eigene Interesse der Kinder berücksichtigt werden kann, das und wie das Lernen voneinander unterstützt werden kann und welche Aufgabenformate es gibt. Grundsätzlich sollten Angebote der Maker Education immer freiwillig sein. Dann gibt es viele Möglichkeiten, interessensgeleitete Angebote zu gestalten, zum Beispiel kann man mehrere Workshops zur Wahl anbieten oder sonstige Wahlmöglichkeiten schaffen wie die Wahl von Themen oder Problemstellungen, Wahl von Methoden und auch Werkzeugen, Wahl von Tempo und Lernmethoden, Wahl der eigenen Rolle in der Projektarbeit. Dann gibt es viele Methoden und Möglichkeiten, das Lernen von und mit anderen zu unterstützen. Das kann beispielsweise die gezielte Vorgabe von Partner- oder Gruppenprojekten sein oder auch Feedback, das man sich zu den jeweiligen Prozessschritten gibt. Das beinhaltet natürlich auch, dass man Erwachsene als Co-Designerinnen und Co-Designer einbindet. Das Lernen voneinander kann auch durch Peer-Tutorinnen und Peer-Tutoren unterstützt werden, also Kindern, die andere durch ihr Wissen über Werkzeuge oder Abläufe im Makerspace unterstützen können. Gut zur Maker Education passt auch, wenn die Kinder und Jugendlichen selbst Angebote mitgestalten. Beispielsweise für Jüngere, Gleichaltrige oder auch für ihre eigenen Eltern. Im Folgenden möchte ich Ihnen unterschiedliche Aufgabenformate der Maker Education vorstellen. Zunächst gibt es im Makerspace die Möglichkeit zur Freiarbeit, also dass es keine konkrete Aufgabe gibt. Die Idee ist hierbei, dass Kinder das machen, was sie gerne machen und sich eben frei mit den Materialien und Werkzeugen auseinandersetzen können. Gerade für den Einstieg ist es dabei sehr hilfreich, wenn es zum Beispiel aber Einschränkungen gibt, zum Beispiel bestimmte Baumaterialien, die zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel sehr viel Pappkarton oder Kleber. Und was daraus gemacht wird, obliegt den Kindern und Jugendlichen. Allerdings ist das Setting bei Einsteigerinnen und Einsteigern und wenn sie dann schon etwas älter sind, wird es nämlich auch herausfordernder. Eine zweite Aufgabenform, die immer noch sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten gibt, ist die problembasierte Aufgabe. Ein Beispiel, die Kinder und Jugendlichen haben selbst ein Problem identifiziert oder bekommen eines genannt, das es zu lösen gilt. Wie kann man beispielsweise für mehr Sauberkeit am Schulhof sorgen? Bei der solchen Aufgabenstellung können dann zum Beispiel auch Methoden der Innovationsentwicklung bei der Entwicklung von diesen Lösungen eingesetzt werden. Eine Aufgabenstellung kann auch als ein Auftrag formuliert werden. Hier wird schon sehr genau oder recht genau beschrieben, was das Ergebnis sein soll. Nur der Weg und die Methode sind dabei offen. Ein Auftrag könnte zum Beispiel lauten, damit der Schulhof sauber bleibt, möchten wir einen Mülleimer bauen, der sich bedankt, wenn Müll eingeworfen wird. Baut dafür einen Prototypen. Eine andere Aufgabe könnte sein, hebt einen Teebeutel mit Hilfe vom Busten 10 cm in die Höhe. Gerade wenn neue Werkzeuge oder Methoden eingeführt werden, sind manchmal auch Anleitungen sinnvoll. Bei diesem Aufgabenformat muss man Schritt für Schritt umsetzen. Vielleicht haben Sie auch schon die LED-Taschenlampe des vorangegangenen Videos nach Anleitung einfach nachgebaut. Ich habe Ihnen nun einige Impulse für diese methodisch-didaktische Gestaltung gegeben und auch einige Prinzipien der Make-A-Education kennen Sie auch bereits. Wenn Sie nun nach dem Lesen und Kennenlernen von Praxisprojekten der Make-A-Education selbst ein Vorhaben der Make-A-Education planen, kann Ihnen dabei zum Beispiel der hier gezeigte Canvas einfach helfen. Speziell für diesen Kurs wurde daraus auch ein Leitfaden für Making-Aktivitäten im Schulunterricht entwickelt, der ebenso Schritt für Schritt bei der Entwicklung und Planung helfen kann. Viel Spaß bei Ihrer Konzeption. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.